Das ist gut, bleibt ganz ruhig. Okay, wir können nicht mehr die Kommunikation sonst tot zu unterlassen. Das ist so eine billige Anlage. Lass das sonst tot sein. Und zahl raus aus der Höhung. Zieh euch sofort, zurück aus der Höhung. Oh, es wird das Höhungig, geil! Zuhören wir auch.